Hilfe! Hilfe! Jetzt ist er weg. Das ist gut. Nein, er ist wieder da. Oh mein Gott, oh mein Gott. Du hast einen... Einen erzürnten Rucksackgeist an deinem Fuß. Das tut mir leid. Aber zu deiner Sicherheit müssen wir dich erschießen. Ich erschie dich gleich mal, Fräulein. Und welcher Mongo hat mir einen Baseballschläger in den Rucksack gepackt? Das hat meine AK-107 weggepackt. Eine AK-107? Ja, AK-107 PSU. Ja, da hab ich eine. Ja, toll. Aber ich hab den Camp vom Boden mal aufgenommen. Nein, eben nicht. So, das tauschen wir jetzt mal eben aus. Oh, ja, warte. Kacken, nein. Her mit meiner AK. Warte. Ich glaub, der riecht einfach deine AK, oder was? Ja, so ziemlich. Wie geil ist das denn? Denn du hattest vorher eine Basic. Das ist jetzt meine. Ja, aber ich dachte, ich hab die am Camp umgeladen. Ich geb die gleich mal umgeladen. Das war gleich mal wie zack. Hast du nur noch der Rucksack an meine Füßen? Oh, und dort ist das Großteil? Na gut, wo fahren wir jetzt hin? Hau ab! Das finde ich mal nicht, wie ich sagt. Das ist das.